Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Modern Warfare 2 Online. Together. Together, genau. Auf der Karte Terminal. Ja, bei mir die Karte und dem Hänger. Genau. So viel zu sagen am Anfang. Also die Intro bei uns dauert schon eine Minute zum Einleiten. In sechs Minuten ist das Video lang. Ja, hoffentlich leckt es sich wieder so. Und hoffentlich ist kein Hacker drin. Ja, ich muss erst reinkommen. Da vorne ist einer. Wir haben geflasht. Ich nicht. Bist du wieder geflasht? Gibt's doch nicht. Da, der ist links. Ich schau' Kiosk. Ich bin cool. Ich war schon längst hinter der Ecke. Alter, jetzt sagt die da ist einer. Wir haben die Führung verloren. Wie sieht's beim Kiosk aus? Ruhig. Äh... Ja. Vorne sind... Drei. Also der Server leckt leicht. Und mit leicht meine ich... Ist behindert. Alter, wie der leckt der Server? Meine Kugeln fliegen dem anscheinend hinterher. Ich spawn' da hinten. Oh mein Gott. Ich schreib mal kurz was. Geh weg! Alter, so ein Team-Blocker. Fucker. Jetzt geh da drauf, oder wat? Oh ja. Irgendwann hab ich... Eins, drei. Fick dich. Die campen alle nur da vorne. Die solche Wichser. Liegt zwar schon längst, aber... Ich bin geblendet! Äh... Ich brauch mal kurz deine... Äh... Alter, Rolltwebby 2. Die campen nur da vorne. Die campen nur. Aber warum ich nicht rausgeh? Weil ich auch camp! Alter, und weil der fast so ein Bongo ist, ey. Der lädt die Schüter so Tier-Pornos runter. Wie besorgt man's einem Oktopus am besten? Von hinten. Durch die Mitte. Alter. Durch den Rücken, durch den Kumpel. Oh, ich hab Pillen! Wir sind in der Führung! Es gibt Leute... ... die könnte dich einfach nur kotzen! Au! Regnavieren! Ich hoffe du... du deckst mich da hinten. Au! Nein! Weil hier aus der Mitte kommen auch ein paar. Ich komm da hinten! Huuu! Ähm... Ganz hinter am Schalter ist einer. Was ist hier? So... Flasht. Bitte zu mir. Wuhu! Ich... Bei so nem geleckten Server, da will ich nicht äh... mit der Predator so schnell runterfliegen, weil... Da trifft man wieder nix. Ich bin hammergeflasht. Ich bin hammergeflasht. Alter, gib dem mir nen Headshot. Guck mal, was da kommt! Ne, 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 ne! Ich bin schon wieder geflasht! Alter! Von wo? Oh! Vom... Vom Kiosk aus! Wuuu! 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 Kollege! Hab Leute! Alter, leckt der! Äh... Die sind an mir vorbei gerannt, die zwei Spacken! Cool! Du gehst aber auch drauf! Haha! Das müssen wir draufgehen! Nicht du! Ja, der... Der... Der Enemy! Boah! Der leckt der! Muss ich mich mal kurz erholen! Und ich glaub von rechts kommen auch ein paar! Na, einen hab ich mitgenommen! Und der leckt wie so ein Mongo-Server! Äh... Na, der gewinnt! Boah! Du Dreckstwichser! Du! Schütz meine... Vorräte, die da kommen! Oh, ja! EMP! EMP! Und ich mein, es ist nicht die Zeitschrift! EMP! Wie glaub ich denn? 21,7 überhaupt bin ich gut! Die Bongo-Kinder kommen rechts beim Flugzeug! Flugzeug sagst du? Ja, da wo du bist! Ja, ja! Oh, jetzt hab ich noch meinen EMP! Boah! Hat die doch noch gerettet! Naja! Hacker! Hacker! Ja, genau! Mit 22,7 entdämme ich Hacker! Hacker-Kämper! Hacker! Ach, ja! Ihr seid alle so nubig und ich nehm euch noch auf Video auf! Also! Äh, das war! Ne kleine Team-Datmatch-Runde! Hat mir Spaß gemacht! Jetzt weiß ich nicht, wie's dir ging! Ja, 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 ja! Scheiße! Klaas ging's! Wo ist er denn? Ah, 11,7! Ja, genau! Ja, und ich hoffe, ihr schaut euch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Let's Play Modern Warfare 2 Online Together mit dem Klaas und dem Hängerboy! Ciao! Servus!